Wir könnten so tun, als hätte ich sie überwältigt. Niemand müsste es erfahren. Lange habt ihr gewartet bis zu dieser Folge von Hidden Agenda. Und jetzt geht's endlich weiter. Ich will euch nicht lange auf die Folter spannen. Aber wir müssen uns hier in einer prekären Angelegenheit entscheiden, ob wir Finn gehen lassen, der wahrscheinlich nicht der gesuchte Killer ist. Und der könnte uns dann helfen, Adam zu finden, den echten Killer, wenn er denn recht hat. Oder er hat selber eine Finte geschaffen und wir werden ihm auflaufen. Und er ist selber der Killer und hat da einen miesen Plan geschmiedet. Oder was weiß ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich habe mich dafür entschieden und ich glaube, ihr euch auch, ihn freizulassen. Also neugierig zu werden. Und deswegen hören wir da mal zu. Heftiger als sie. Passt auch sehr gut. Wir lassen es echt aussehen. Heftling 75422 soll umgehend wieder in Gewahrsam genommen werden. Hier ist Officer 732. Anfrage erhalten. Bitte warten Sie auf eine Bestätigung. Also, falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, unbedingt nachholen. Es ist wirklich ein super Spiel. So ähnlich wie Harry Rain und Beyond Two Souls und so ähnlich, die ihr auch alle auf meinem Channel findet im Übrigen. Ja, und jetzt können wir uns hier entscheiden. Wie würden sie ihn finden? Kein Wort mehr. Wir sind neugierig. Wir wollen mehr rausfinden. Wie würden sie ihn finden? Ich habe ein paar Beziehungen. Ich kann ihn finden. Sie müssen mich nur lassen. Ja, jetzt ist natürlich die Frage. Können wir ihm vertrauen, dem Finn? Ist er vielleicht gar nicht so schlimm, wie wir denken? Oder ist er doch ein Killer und lässt uns auflaufen? Ah, ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube, wir müssen es probieren. Um des Spieles willen. Um der Entscheidung willen. Wir lassen ihn laufen. Tun Sie es. Wir müssen aufpassen. Wir werden nämlich selber verdächtigt. Das könnte uns auch super reinreiten. Aber vielleicht ist es die einzige Möglichkeit, den echten Adam, den Killer, zu finden, den es hier scheinbar geben soll. Der scheinbar wirklich existiert. Becky? Hey! Zeit zu gehen! Und die Mission wurde durchgezogen. Vielleicht ist es auch jemand von der Polizei. Becky! Oh, shit! Wir brauchen Hilfe hier oben! Jetzt! Ich vertraue niemandem mehr. Und er ist entkommen, Finn. Ob das so eine gute Entscheidung war, ich weiß nicht. Der berüchtigte Serienkiller, der als Trapper bekannt ist, ist nur wenige Tage, bevor er für seine Taten büßen sollte, aus dem Gefängnis entkommen. Jonathan Finn war während seiner Schreckensherrschaft vor fünf Jahren verantwortlich für die Tode mehrerer Polizeieinsatzkräfte. Die Behörden warnen, dass Finn sehr gefährlich ist und mögliche Sichtungen umgehend gemeldet werden sollten. Sehr gefährlich. Und wir haben ihn gehen lassen. Ich hoffe, es war keine Fehlentscheidung. Okay, ich will wissen, was passiert ist. Und zwar jetzt gleich. Hm, ich hätte nicht allein sein sollen. Er hat mich überwältigt. Defensiv machen wir mal. Sie waren nicht mit ihm da drin. Er ist ein Riesenkerl. Sie hätten das auch nicht besser gemacht. Und warum hat ihn niemand abhauen sehen? Becky, hör auf damit. Das geht auf dich. Das ist ein Riesenschlamassel. Aber wir müssen uns konzentrieren und wir bringen diesen Mistkerl wieder hinter Gitter. Tom, wie sieht's aus? Die US Marshals beginnen gerade mit der Fahndung. Okay, helfen Sie ihnen. Egal, was Sie brauchen. Becky, bis wir etwas Luft haben, brauche ich Sie an den Fallakten. Wir bleiben höflich. Auf jeden Fall. Okay, ich setz mich gleich dran. Also. Was ist los mit Ihrer Partnerin? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich weiß nicht, was es ist, aber... Passen Sie auf. Ja, mach ich. Morddezernat, eine Stunde seit Fins Flucht. Und jetzt können wir hier untersuchen, das Waisenhaus Las Palmas oder Pfleger von Las Palmas. Da können wir uns auch noch genauer informieren. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal das Waisenhaus. Das interessiert mich nämlich. Er hat ja auch irgendwie was von so einem Raum erzählt. Und dann werden wir da mehr über Vater Rominski rausfinden, der da die Kinder vergewaltigt haben soll oder was auch immer. Wenn die Morde verknüpft sind mit dem Las Palmas Waisenhaus, steht Vater Rominski im Mittelpunkt des Ganzen. Einfach zu schade, dass der Rest des Klerus ein Schweigegelübde abgelegt hat, sobald es haarig für ihn wurde. Aber Finn sagte Felicity, dass Rominski damals eine Art Geheimraum in dem Waisenhaus hatte. Konnte dazu in den Polizeiberichten nichts finden. Ich glaube, ich sollte mich selbst mal nach Las Palmas begeben und umsehen. Genau das machen wir. Das ist eine gute Idee. Wer darf es finden? Waisenhaus Las Palmas. 14.47 Uhr. Wir werden beobachtet. Schon mal nicht so gutes Zeichen. Vielleicht kriegen wir ja dann Gesellschaft. Leider ist uns der Kerl entkommen. Das ärgert mich jetzt noch. Schon länger niemand hier gewesen. Und das ist das Waisenhaus, wo Finn und Adam drin gesteckt haben sollen. Das Waisenhaus des Schreckens. in denen schrecklich Sachen gemacht wurden. Und das hat dafür gesorgt, dass Adam zum Killer wurde. Oder Finn ist vielleicht ja auch mit einer multiplen Persönlichkeit behaftet. Hatte ich ja auch schon überlegt. Es gibt viele Theorien. Aber jetzt sind wir hier drin. Und vielleicht finden wir hier Spuren. Weitere Antworten. Okay, dann wollen wir mal. Da das Bild. Das ist auf jeden Fall ein Hinweis. Oh, da haben wir noch was. Verdammt. Ah, was für ein Glück. Alle Hinweise gefunden. Ein seltsames Zitat. Und ein Bild. Sind das die Jungs? Ich weiß es nicht. Oder welche Jungs das sein sollen. Im Waisenhaus natürlich schwierig zu sagen. Ein lockeres Brett. Oh, oh. Ich glaube, das ist der Zugang zum gesuchten Raum. Wie schrecklich es mit den Kindern gemacht wurde. Was unser Mörder zum Mörder gemacht hat. Und die Polizei hat nicht geholfen. Keiner hat geholfen. Oh, hallo, Ladies. Da war Vater Rominski wohl ein ziemlicher Stammkunde. Passt ins Bild. Wow. Wow. Richtig krass. Und das war der gute Herr der Kirche. Der eigentlich für die Kinder sorgen sollte. Hey, wie sieht's aus? Was gab's denn Las Palmas? Okay, wir haben das Spielzimmer gefunden. Finn hat die Wahrheit gesagt. Ich fand Rominskis Spielzimmer. Interessant. Nicht sehr spaßig. Und anscheinend hatte der Vater eine Vorliebe für Callgirls. Genau wie Calvary. Passt zusammen. Okay, ich fahr zurück. Ja, ja. Je nachdem müssen Pfarrer ja auch ein Zölibat ablegen und dementsprechend dürfen sie gar keinen Sex haben. Aber das hängt von der Auslegung der christlichen Form der Religion ab. Detective Morning? Bin unterwegs zu Simon Hillary. Zu seinem Haus? Um die Zeit? Ja. Ich glaube langsam, es gibt eine Verbindung zwischen den Prostituierten und den Trappermorden. Hillary könnte noch weitere forensische Beweise haben. Seien Sie behutsam, okay? Das Feuerwerk heute früh hat ihn ziemlich geschockt. Es sind nur ein paar Fragen. Dauert nicht lang. Hilliys Wortsitz. Oh, vier Stunden seit Fins Flucht. Detective Marnie. Hallo. Entschuldigen Sie die Störung. Bitte. Da rein. Ich fasse es nicht. Ich wäre wirklich beinahe... Ich kann's nicht aussprechen. Sie hatten Glück. Kann man so sagen. Nur ein Sekundenbruchteil mehr. Mein Gott. Wenigstens sind sie am Leben. War's der Trapper. Ja, der hat ja Glück mit der Bombe, der Bursche. Ah. Sie kennen die alten Fallen des Trappers. Passt das zusammen? Derselbe? Ja, ich denke, es ist der gleiche Trapper. Wieso denn? Diese... Die Bombe in seiner Nase kann man nicht anders beschreiben als, naja, kunstvoll. Meisterhaft sogar. Erinnern Sie sich an Las Palmas? Das zum Waisenhaus. Der Fall von vor ein paar Jahren. Abscheulich. Ja, ja, wir forschen etwas nach. Der Vater dort, Rominsky, schien einen Hang zu Bordsteinschwalben zu haben. Und das erinnert doch sehr stark an den Calvary-Fall. Und Walsh, der Bestatter. Auch ein Callgirl. In der Todesnacht. So viele Callgirls, das kann kein Zufall sein. Oder ist etwa jedermann in dieser Stadt ein Freier? Tja. Ich arbeite an einer neuen Theorie. Ist nur eine Idee, aber Sie können sicher helfen. Okay. Haben Sie irgendeinen Hinweis gefunden, dass der Mörder eine Frau sein könnte? Naja, es gab Spurenmaterial. Ja, das wäre sicher möglich. Sind die Daten noch verfügbar? Natürlich. Die Akten wurden nach Fins Geständnis archiviert. Alles okay? Bitte? Es ist wegen heute Morgen. Ich bin noch etwas aufgewühlt. Ja, klar. Damals, 2012, als wir Finn schnappten, hatte er eine Geisel. Daniela Cardinius. Ich erinnere mich, ist sie relevant? Hm. Ist ja irgendwie alles ein bisschen eigenartig hier. Anscheinend war sie gar keine Geisel. War alles eingefädelt. Ich, ich kann's nicht fassen. Das ist doch absurd. Danielas Schwester Isabella starb vor ein paar Jahren. War hier in der Leichenhalle. Waren Sie das? War ich... Haben Sie sie untersucht? Ich... Ähm... Ich weiß nicht mehr. Tut mir leid. Ich weiß nicht. Irgendwas stimmt nicht. Als hätten wir all diese sauberen, kleinen Puzzleteile, aber... Das Bild auf der Box ergibt keinen Sinn. Ich hab das Gefühl, es geht um viel mehr als nur Jonathan Finn, oder? Ich bin mir nicht sicher, Detective. Und jetzt? Der Mord an Calvary. Vielleicht hat Finn zwar was damit zu tun, aber was, wenn jemand anderes die Strippen zieht? Jetzt fühle ich mich nicht mehr sehr sicher. Daniela ist ein weiteres Puzzleteil. Ein kleines, aber wichtiges. Fins Adam Jones hat das Feuer im Waisenhaus wohl überlebt. Arbeitete für den Bestatter. Das erste Trapper-Opfer. Die Witwe hat ihn sogar auf einem Foto erkannt. Es tut mir leid, ich bin noch ganz benebelt von dieser Explosion. Was ist hier los? Der wirkt sehr geschockt auf einmal. Wir folgen ihm mal, oder? Das ist sehr verdächtig alles. Ist das Adam vielleicht? Er ist es. Wir haben ihn. Entschuldigen Sie. Ich bin nur noch etwas zerstreut. Keine Sorge. Ich helfe Ihnen. Was jetzt? Okay. Ich habe Sie lange genug aufgehalten. Gar kein Problem. Wirklich. Oh. Ich weiß, dass Sie die Tatortüberprüfung nicht beenden konnten. Könnten Sie vielleicht etwas übersehen haben? Naja, ich denke nicht, aber das war kein typischer Mord. Wer auch immer bei Calvary war, kannte ihn vermutlich. Ich danke Ihnen. Der ist es. 100 Prozent. Steckt zumindest da voll mit drin. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, das war seltsam. Simon wurde total nervös. Und der Pulli? War er das, der mir bei der Witwe gefolgt ist? Mein Bauchgefühl sagt, er ist involviert. Zeit für Nachforschungen. Ja, definitiv. Zeit für Nachforschung. Der muss es sein. Der ist auf jeden Fall involviert. Aber wie? Das fragt sich natürlich auch. Ach, Mann, 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 Mann. Morddezernat. 18.40 Uhr. Vier Stunden ist Finn schon geflüchtet. Der gute Finn. Der nicht der Mörder ist, glaube ich. Was denkt ihr denn? Lasst es mich wissen. Isabella Cardenius. Am Straßenrand gefunden. Offenbar Überdosis. Körper zeigt Spuren langjährigen Missbrauchs. Gerichtsmediziner war Simon Hillary. Hm. Das hat er nicht erwähnt. Vielleicht wusste er nicht, dass das Daniela Cardenius' Schwester war? Der Todestag war kurz bevor die Trapper-Morde anfingen. Was? Oh, mein Gott. Durchaus anders. Da läuft etwas gewaltig schief. Werdeck Schühle. Dert will sehr fahrrad. As submarine durch die behaviors und was plötzlich졌ieren. Freund llevst der Arte slolithen die Krankheit. Ja mich zumindest! Wir sind's für Schlüssel. Und zwar schon, meine Gut Clairefrey. Das warPS�. Wir geben uns jeden Tag Das Team. Untertitelung des ZDF, 2020